Im Stadtteil Hasseldieksdam hatten Bauarbeiter eine 250 kg schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen nun den Blindgänger mit Heckzünder am Dienstagvormittag entschärfen. Dafür mussten bis 9 Uhr rund 3000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch nicht klar. Als Ersatzunterkunft steht die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße 1 bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017